Ich begrüße Sie alle recht herzlich zur Pressekonferenz nach unserem Spiel gegen Darmstadt 98. Entstand 0 zu 1. Ich begrüße recht herzlich unseren Gästetrainer Torsten Lieberknecht und unseren Cheftrainer Dieter Hecking. Dem Gast gebührt natürlich das erste Wort. Torsten, bitte. Ja, hallo zusammen. Ich habe gerade der Mannschaft gesagt, wir haben tatsächlich einen Arbeitstag hinter uns gebracht. Mit einem 1-0-Gewinn spricht man immer von diesem Arbeitssieg und wenn man das Spiel insgesamt sieht, hatten wir natürlich in den ersten Minuten, in den ersten 10, 15 Minuten, schon einen Kampf in dieses Spiel zu finden, eine Struktur aufzubauen, die wir uns vorgenommen haben. Und sprichwörtlich dafür waren fünf Ecken für den FCN nach zehn Minuten. Und du gesehen hast eben, was wir wegverteidigen mussten. Die Standards insgesamt, die haben wir sehr, sehr gut verteidigt. Es waren sehr viele, die wir heute verteidigen mussten. Und das zeigt natürlich, dass der 1. FC Nürnberg gerade in mehreren Phasen bei uns vor dem Tor aufzufinden war. Ich glaube, dass nicht die ganz große Chance dabei war, in der ersten Halbzeit durch Tempelmann, glaube ich. Ich glaube, was insgesamt dann auch war, dass wir dann irgendwann besser ins Spiel gefunden haben, besseres Positionsspiel hatten. Wir hatten dann ein bisschen die Grundstruktur verändert, um nicht ganz so statisch zu stehen. Und dann sind wir tatsächlich besser ins Spiel gekommen, haben dann das Tor. Und das ist, glaube ich, dann natürlich unglücklich, wenn ein Spieler ein Eigentor macht. Aber so ein Ball ist halt schwer zu verteidigen, wenn er so scharf reinkommt. Aber da haben wir angefangen über Clemens Riedl, der einen super tiefen Lauf mit Ball aus Innenverteidigung nach vorne macht, eben den Flügel gesehen. Wir haben vorher die Verlagerung drin gehabt. Das war das, was wir uns heute vorgenommen haben. Und dann sind wir zu dem Tor gekommen, was letztendlich dazu gereicht hat. In der zweiten Halbzeit sind wir, ja, auch wieder mit dem Eckball für den 1. FCN ins Spiel gekommen. Und hatten dann allerdings danach eine Riesenchance durch Filip Sojelkovic, wo der Ball eben eigentlich perfekt liegt. Er dann so ein bisschen halb Innenseite und ganz mit dem Spann dann über das Tor schießt. So war es dann eben. Ein Spiel auf Messers Schneide mit, ja, dann zum Schluss hin ein in Konterchancen, wo wir uns dann nicht clever genug verhalten. Aber dieses nicht clever genug verhalten hängt halt damit zusammen, dass die Jungs unbedingt eben ein Spiel gewinnen wollen. Da ist die Emotionalität natürlich dann auf dem Platz groß und alle wollen dann das Beste tun. Dann ein bisschen noch am Verteidigen. Ich glaube, wie gesagt, insgesamt gesehen war es jetzt ein Sieg, der für uns natürlich sich sehr gut anfühlt, weil es auch deshalb passiert ist, weil wir gegen einen starken Gegner gespielt haben, der heute auch wieder gezeigt hat, dass die Punktzahl, die man hat, einfach gar nicht zu der Truppe passt. Also von daher ein wichtiger Sieg für uns und Sieg, den wir eben halt auch jetzt erstmal mitnehmen. Dieter, für dich und für den FCN, für die nächsten Spiele, für alles Kommende, alles Gute. Thorsten, vielen Dank. Dieter, deine Analyse. Ja, ich finde, dass Thorsten hat das, glaube ich, sehr gut analysiert. Aus meiner Sicht fand ich, dass wir die ersten 25 Minuten richtig gut im Spiel drin waren. Wir haben auch da vieles richtig gemacht, haben auch wir ein gutes Positionsspiel gehabt. Wir haben gewusst, dass Darmstadt uns ein intensives 1 gegen 1 über den ganzen Platz wahrscheinlich reinlaufen lassen wird. Da mussten wir Lösungen finden. Das ist uns in den ersten Minuten sehr gut gelungen. Dann wurde es weniger. Dann kam das Gegentor. Thorsten hat ein bisschen was in der Struktur verändert, hat mit einem zentralen Stürmer gespielt. Mit zwei Zehnern mussten wir wieder darauf reagieren, indem wir mit Beginn der zweiten Halbzeit Dino Tempel mal ein bisschen tiefer gestellt haben, um das wieder kontrolliert zu bekommen. In der Phase nach 0-1 hat man gemerkt, da haben wir zu viele lange Bälle gespielt. Da haben wir nicht die Wucht entwickeln können, weil Darmstadt alles wegverteidigen konnte. Und so lief es dann bis zur Halbzeit. In der zweiten Halbzeit haben wir viel versucht, viel probiert zwischen den Strafräumen. Im letzten Drittel ist vielleicht auch die Qualität von Darmstadt, das haben wir schon im Hinspiel gesehen, dass wenn sie dann führen, sehr schwer zu knacken sind. Sie wissen, wie das Verteidigen geht. Haben die Räume sehr gut eng gemacht. Dann musst du immer darauf lauern. Da müssen wir immer aufpassen, dass wir nicht in so ein Konter reinlaufen. Das waren wir dann Gott sei Dank bis auf eine Situation, wo ich aber glaube, dass Manu sogar im Abseits war. Da haben wir es ganz gut dann auch wegverteidigt. Sodass es im Endeffekt ärgerlich ist, dass du so ein Spiel dann leider durch so ein Eigentor verlierst. Kein Vorwurf an Schindi. Das passiert. Aber ich glaube, wenn man die 90 Minuten aus unserer Sicht betrachtet, dann muss es unentschieden ausgehen. So haben wir verloren. Der Ansatz ist positiv zu bewerten. Nichtsdestotrotz müssen wir, auch wenn es heute der Tabellenführer war, einfach mehr torgefährliche Aktionen auch gegen so einen Gegner mit den Möglichkeiten über Standards, die wir dann auch hatten. Wobei, da sage ich nochmal, heute haben wir glaube ich zwei Kopfballspieler auf dem Platz gehabt. Das ist dann eben auch in der Struktur etwas, wo wir darüber nachdenken müssen, was die neue Saison angeht. Dass wir da auch mehr Wucht erzeugen können. Unterm Strich muss ich sagen, das Ergebnis passt mir nicht. Der Auftritt war über weite Strecken okay. Aber wir müssen uns trotzdem weiter steigern. Weil auch heute hätten wir sicherlich mehr mitnehmen können, wenn wir mehr Torgefahr letztendlich erzielt hätten bei allem Engagement. Dieter, Dankeschön. Habt ihr Fragen? Herr Hecking, nach diesem Spiel sind Sie jetzt noch zu nah drin oder geht es Ihnen schon so ein bisschen wie den Fans, die schon gleich von Berlin gesungen haben? Also wie sehr freuen Sie sich jetzt auf den Pokal? Also wenn ich ehrlich bin, sind meine Gedanken noch nicht beim Pokalspiel. Jetzt gilt es erstmal das heutige Spiel zu verarbeiten. Wer glaubt, dass wir Stuttgart hier mal eben wegputzen, kann ich jetzt schon sagen, kann gleich zu Hause bleiben. Weil da wird richtig viel Arbeit auf uns zukommen, wenn wir da weiterkommen wollen, würden. Wenn wir eine kleine Chance haben wollen, dann brauchen wir alles. Dann brauchen wir Mentalität, da brauchen wir Leidenschaft, da brauchen wir über den Punkt gehen. Da müssen wir eklig sein, dreckig sein. Wir brauchen das Publikum, wenn wir die Sensation schaffen wollen. Und das ist nur mein Gefühl, wenn Sie mich jetzt danach fragen. Ich gucke mir morgen den VfB bei Union Berlin mal an. Mal gucken, was ich da sehe. Aber ich habe nur einen Pokalspiel von Ihnen gesehen in Paderborn. Ich glaube, es waren 18 zu 0 Ecken, 23 zu 1 Torschüsse gegen eine Mannschaft, die damals sehr, sehr gut unterwegs war. Also da sollten wir schon aufpassen, wo wir die Erwartungshaltung hinschieben. Natürlich werden wir alles dafür tun, um die für uns aus unserer Sicht Sensation zu schaffen, ins Halbfinale einzuziehen. Morgen bin ich vor Ort in Berlin. Gibt es weitere Fragen? Einmal ganz hinten. Hallo, Niklas Beckmann von Hitradio FFH, Herr Lieberknecht. Woran lag es denn, dass Ihre Mannschaft sich heute schon ein bisschen schwerer getan hat, offensiv so in den Rhythmus, in den Flow zu finden wieder? Ich habe immer das Gefühl, man vergisst den Gegner, dass er halt auch was vorhat. Und wenn man den Kader vom FC Nürnberg sieht und auch die Auswechslung heute gesehen hat, dann weiß man, es ist keine Selbstverständlichkeit, hier einfach mal ein Spiel zu bestreiten, auch wenn wir jetzt als Tabellenführer hinkommen. Wir hatten, wie gesagt, eine Struktur, die wir haben auch gut verteidigt. Aber mit Ball hatten wir so ein bisschen Situationen gehabt, wo wir sagen, das können wir und müssen wir einfach besser spielen. Da haben wir vielleicht dann zu früh den langen Ball gespielt, vom Torhüter angefangen, hinten raus. Und da war so ein bisschen Überzeugung, das habe ich den Jungs auch gesagt, dass wir, wenn wir diese Überzeugung reinbekommen, wenn wir ganz klar in unseren Abläufen bleiben, trotz der kleinen Strukturveränderung, dann kriegen wir eben den Punch hin. So war es heute halt ein Arbeiten. Ein Arbeiten gegen den Gegner, die Grundstruktur zu verändern, trotzdem eben dann bei sich zu bleiben. Ich glaube, dass wir irgendwann mutiger waren. Wir haben uns nicht mehr binden lassen mit den offensiven Außen. Wir sind eben weg von den offensiven Außen mit unseren Außenverteilungen. Wir standen da insgesamt höher drin und so sind wir dann besser ins Spiel gekommen. Wir haben dann die langen Bälle tief hinten rein. Das muss man einfach mal extrem loben in den letzten Wochen und jetzt auch nach dem Spiel. Das ist halt unglaublich, wie viele Eins-gegen-eins-Duelle er. Und gerade gegen Dua heute mit der Geschwindigkeit, das weiß man. Aber das ist eben das Risiko, was wir eingehen wollen, wenn wir in so einer Eins-gegen-eins-Situation hinten sind. Sonst kriegen wir diesen Druck nicht drauf. Hat er ein überragendes Spiel gemacht, eine Luft am Boden. Und das muss ich sagen, der Zimbo entwickelt sich hier als massiver Leader, den sich jede Mannschaft und gerade wir uns extrem wünschen. Weil er bringt so eine Professionalität mit rein. Und er war heute mit Sicherheit mit den Jungs hinten drin. Aber er war der Fels in der Brandung. Also von daher, das ist ein Arbeiten. Dieter hat es auch schon gesagt, er hat gesehen, wir haben was verändert. Dann musste er ein bisschen was verändern und da wieder Zugriff zu bekommen. Und so oft geht es halt in den Spielen eben, wie kriegst du Zugriff? Wie kannst du erstmal Torchancen verhindern? Und wie kommst du zu Torchancen? Und auf beiden Seiten, wie gesagt, ich glaube bei uns war ein Ticken mehr da. Aber es war halt ein Spiel, das hätte nicht unbedingt einzeln für uns ausgehen müssen. Das wissen wir. Und von daher ist es einfach nur der Fakt, dass der Gegner halt auch seinen Beitrag dazu hat. Und wie es sich entwickelt halt. Gibt es weitere Fragen? Martin Funk von der BILD. Herr Hacking, Sie haben sich heute gegen Florian Flick entschieden. War das eine Entscheidung eben für Johannes Geis, weil Sie ihn unbedingt sehen wollten? Oder was war der Grund, weshalb Florian Flick heute nicht gespielt hat? Das war der zu positive Bericht heute in der Zeitung. Nein, Quatsch. Also Geis hat in Bielefeld unser Spiel massiv mitgeprägt, hat die Wände mit eingeleitet. Und in unserer Struktur gibt es eben ein Sechser, zwei Achter, deshalb war der Florian heute draußen. Er war nicht angeschlagen, er war nicht verletzt. Das war für mich einfach, dass ich gesagt habe, Johannes hat halt wirklich auch in der Länderspielpause sehr gut trainiert. Und wir wussten, wenn wir in so ein intensives Spiel reinkommen, wo wir Darmstadt beobachtet haben, dass sie halt auch oft Mann gegen Mann bezogen spielen. Dass der Johannes da eben mit seiner Spielstärke uns vielleicht in diesem Spiel besser gut tut als der Florian, weil der Florian immer mit dem Rücken zum Spiel steht und da nicht die offene Stellung wählt. Das muss er noch verbessern. Da haben wir uns halt vom Geisi heute mehr versprochen. Ich sehe keine weiteren Fragen. Wie geht es weiter bei uns? Morgen ist das klassische Auslaufen und Spielersatztraining. Sonntag ist frei, Montag um 15 Uhr ist dann ein öffentliches Training. In diesem Sinne habt alle ein schönes Wochenende. Tschüss!